Hey, ich habe gerade das Ende von Folge 118 gesehen und wow, das ist impressiv. Nehmen wir mal als erstes Piccolo und Gohan, welche so gesehen das Universum 6 ausgelöscht haben. Und das gegen Namekianer. Und gerade bei Piccolo wissen wir, wie stolz er auf seine eigene Rasse ist. Und diese beiden jetzt besiegt zu haben, welche die Beschützer von Namek aus Universum 6 sind, ist eigentlich ziemlich tief und dunkel. Und auch Gohan hatte diesen einen Kämpfer, welcher Familie hatte, genauso wie Gohan. Also auch für Gohan ist es ziemlich emotional und dunkel. Und außerdem wissen wir ja, Universum 6 ist eigentlich so ein Hauptteil aus Dragon Ball Super. Und ja, eigentlich echt ziemlich tief. Aber ich möchte jetzt hier mehr auf die Stelle mit dem Satz von Beerus eingehen, als er sagte, sage etwas. Ich mag die Theorie, dass es eine Anspielung ist, weil er wohl die vierte Mauer durchbrochen hat. Weil gleich der Aussprecher kam, wir sind aber nicht bei Deadpool, also glaube ich nicht dran. Und auch, dass er damit Champa meinte, ist nachvollziehbar, aber nicht meine Meinung. Da hat Champa nichts gesagt und nur die Krimasse gezogen. Aber nun kommen wir zu meiner Theorie oder eher, wie ich die Stelle verstehe. Auch Beerus hat nichts gesagt und eventuell kennt ihr das, wenn ihr auf einer Beerdigung seid und eigentlich was sagen wollt, aber nichts aus sich rauskommt. So sehe ich es auch hier. Beerus meinte sich selbst, er hat weder was gemacht noch gesagt, er war still. Und das war schon das schnelle Video. Ich hoffe, ihr könnt es nachvollziehen und ciao. Ich hoffe, ihr könnt es nicht sehen. So sehe ich es euch. Und dann bitte schauchen wir euch. Untertitelung des ZDF, 2020